ich will das ebenen länder glätten ja ein ebnen hatte da brauche ich aber eine größere fläche viel gut nein das ist das länder ändern ja auch man noch eine größere fläche bin sie stärke die hat er wieder reintun hatte und vielleicht muss ich das mit der anderen muss jetzt 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 geht es keine ahnung was was davor das problem war ich 10.000 ja es wird immer teurer ok u-bahn ist auch unterbrochener klasse also man sieht noch spuren das wird wahrscheinlich auch so bleiben so dann kommen wir uns auch noch mal kurz zum u-bahn ein u-bahn tunnel weg und wieder neu entsetzen diese scheiß operativen arbeiten ja oberlinie muss ich auch noch mal neu machen hallo nicht nur unten so geht dann straßenbahn robuste es ist jetzt hier straßenbahn haben wir jetzt hier was ist hier nicht automatisch wie jetzt angemacht keine ahnung warum oberleitung gibt es hier hat dann leckt mich doch jetzt dasselbe in grün richtig richtig da wurde die halterstelle jetzt darauf verlegt irgendwie das hat mir ja alles kaputt gemacht ey das musste ja hier rüber richtig richtig da müsste es irgendwo anschluss finden hier muss es anschluss finden so und das hier muss irgendwo anschluss finden hallo ich will diese links da beschrieben ist das so schwer so dass jetzt hier rüber mensch hier hier rein diese scheiße dabei wollte ich noch ordentlich weiterkommen ach das geht hier nicht weil das jetzt sehr viel zu hoch ist kann das sein ach egal wir kommen uns jetzt um erst mal um die autobahn ausfahrt einfahrt wie auch immer wort ist bereits belegt jetzt ging auch noch mein mikro aus also man hätte es in der klasse bei akku fast leeres so hier ist eine stelle ich habe ein problem mein herz geht dann da und aus weil akku leer ist ein großes problem was ich jetzt gerade momentan habe und daher tut es mir jetzt so leid dass ich nicht so viel reden kann das ist jetzt erschrecklich das ist anders aus und ich krieg das hier ich habe die vermutung dass es das falsche ist so 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 ich muss immer in jeder 10 sekunden mein headset immer wieder anmachen so dass ich weiter drehen kann so daher mache ich das ganz einfach und hab zuerst mal ins ladekabel pack zwar sitze ich jetzt hier richtig komisch weil das ladekabel sehr sehr kurz ist und mein pc weg steht aber naja muss ich jetzt durch ich bin halt immer noch hier überlegen wie ich das hier am besten mal ja es ist so schrecklich hier und hier richtig aber es muss so eine einbahnstraße gemacht werden so einbahnstraße nein falsche richtung leck mich doch einbahnstraße so und jetzt sind noch mal da und da so dann passt das hier schon mal wieder natürlich ist das hier jetzt alles mega verrückt was soll ich machen kann ich nichts tun kann ich gar nichts tun was das hier anpassen gut wie es geht da braucht da ist falsch ja genau das ist falsch ah es muss hier irgendwas dreispuriges sein das hier ist doch die autobahn oder nicht doch doch es war jetzt ein bisschen komisch hier angeschlossen aber ja was bleibt mir übrig kann ich jetzt nichts tun so hier jetzt da nun straßenbahn hier ist hier hin und dann geht es gleich runter gleich runter bis hier hin dann geht es unten da lang so er ist da auch erledigt und dann können die busse und straßenbahnen da endlich wieder halten ich doch sehr so nice finde aber die linie existiert wieder sehr gut der so gut ja ich habe mal auf busse sehr schön die linie ist wieder existent über linie passt auch alles und hier einige häuser die noch eingestürzt sind wir werden jetzt so langsam mal entfernt da können die da endlich wieder bauen dann zum thema stromzufuhr ja gut die zwei städte sind jetzt nämlich nicht miteinander verbunden das heißt das ding kommt hier weg und dann was ist bereits belegt egal wo ich hingehe ja hier fehlt anschluss und wie vom väter anschluss habe ich das aber ich weiß warum im kopf so jetzt sich ist jetzt auf der autobahn niemand aber jetzt es müssten so langsam dann wieder welche fahren alter wie voll die straße gleich wieder ist kaum ist sie aufgebaut und jetzt hier nochmal auf ein neues und dort sieht doch schon mal besser aus hier rüber hier rein so die zwei orte sind miteinander verbunden ja doch passt sehr gut hier passt auch alles hoffe ich glaube ich ja doch das ist da auch verbunden oh man was für ein scheiß ey mal ganz ehrlich es hat mir jetzt hier so viel so viele rechnungen nicht so viele striche in die rechnung gemacht ich glaube hier sind auch noch irgendwelche bahngleise die noch nicht fertig gebaut sind kann das sein doch 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 das ist alles wieder richtig gut sehr schön kann ich mich jetzt daumen kümmern hier weitere brotgebiete und so zu erschließen es war ja unser primäres hier hatten wir uns ja ausgemalt aber so machen wir da noch ein bisschen davon dann da davon ihr wohnhäuser das hier soll auch nochmal wohnhäuser werden so gut das hier vielleicht nicht dann ist das hier drinnen schon mal alles verbaut und können wir uns um weiteres kommen bald was auf jeden fall nicht schlecht wäre ist hier eine straße von dort nach dort das soll ruhig hier so eine größere straße werden obwohl ich weiß was ich reiße das nochmal ab ja sorry ähm ich möchte das im 90 grad winkel haben es wird auch ein bisschen lieber so gut ja wohnhäuser sind noch ein paar die die haben wollen können wir mit leben können wir auch ja das kriegen wir denke ich mal auch hin habe ich hier nicht noch mal eine zusätzliche kreuz machen da muss ich leider so oder oder wisst ihr was wie man das mal so hier mal einen so rein warum mache ich da jetzt macht mal wieder gar keinen sinn was ich da gemacht habe diese eine straße da dieser hier macht mal wieder gar keinen sinn so macht es mir schon mehr sinn so macht es mir schon mehr sinn glaube ich auch nicht da los ich bin ob mich so mache ich das jetzt endlich weil so macht es am meisten sinn wo ich das hier nämlich auch nicht so weit führen dann braucht das nur bis dahin und hier kann ich sehen ruhig eine straße dranhängen sehr schön ja gut wohngebiete wollen jetzt nicht so viele haben dann reicht das wenn ich hier mal ein paar rein mache er industrie ist jetzt wie ihr gefragt industrie haben wir hier noch was verbauen oder nicht jo genau aus sich denn was abreißen achte es ist einfach nur ein stein ja gut wegen stein trauere ich hätte ja weniger dann hier hinten industrie 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 denn es ich bin auch jetzt so froh dass wir das erdbeeren überstanden haben